Ist mir egal, ob alt, ob jung, ob links, ob rechts. In alle Richtungen wird die geschossen, verdammt nochmal. Ich bin gierig, bin ich gierig. Hallo YouTube, die Woke Bubble ist zurück. Dara, der Kommandant der Woke Bubble, der Kollege Schnürschuh, der Sim von Shoyoka, hat sich wieder gemeldet. Und wir gucken mal, was da heute abgeht, denn es ist ein Video erschienen vom guten MH Creator, ein neuer aufstrebender YouTuber mit langen Haaren und einem Babyface. Wir gucken uns an, was er zu sagen hat. Los geht's. Der Dara und erbaute Fruit hatten vor kurzem eine Live-Diskussion. Fruit, nicht Fruit. Ja, Gott. Meine Güte, wenn er in die fünfte Klasse kommt, dann erwarte ich, dass er aber mal im Englischunterricht aufpasst. Fruit, nicht Fruit. Um Gottes Willen, meine Güte. Jetzt mache ich heute mal eine Reaktion wie dekadent. Ich gehe einfach nur Atominem drauf die ganze Zeit. Nicht zum Inhalt sagen, nur Atominem die ganze Zeit. Und da ich in dem Gebiet ja mittlerweile auch schon so meine Erfahrungen gesammelt habe, schaue ich mir das Ganze heute einmal an. Eigentlich bin ich ja echt ein Fan von solchen Diskussionen. Man kann seine Punkte vortragen, hört sich dann die Konter von der Gegenseite an und kann seine Meinung dann dementsprechend anpassen oder anders verargumentieren. Allerdings geht genau das leider immer häufiger verloren. Man versucht den anderen in irgendeinem... Ich finde es süß. Er guckt immer so nach links. Also hier irgendwo an der Seite wird wahrscheinlich sein Skript oder sowas sein. Und dann schielt er immer so ein bisschen rüber. Höchstwahrscheinlich, aber er guckt auch nur ganz kurz. Das heißt, ich glaube, er kann es gar nicht wirklich richtig erkennen, was da steht. Aber er macht es halt trotzdem so aus Instinktmäßig, glaube ich. Klärt mich auf, wenn es nicht so ist. Habe ich mir das ganz gut vorgestellt. Irgendwelche angeblichen Widersprüche zu verwickeln, ihn mit Absicht misszuinterpretieren oder irgendwelche alten problematischen Clips von ihm rauszusuchen, um die Person diskreditieren zu können. Und genau das konnte man in diesem Gespräch mal wieder sehr gut erkennen. Also das Ganze hat damit angefangen, dass About the Fruit Dara in seinem Twitch-Chat kritisiert hat und sie auf die Idee kam, einen Live-Talk zu machen. Allerdings geht man in sowas ja nicht einfach unvorbereitet rein. Denn wenn man Dara ist, lässt man sich lieber mal von Tilted Flosse ein paar Clips vorher raussuchen, in dem About the Fruit dumme Sachen sagt, um Angriffsfläche zu haben. Ah, okay. Also vorher extra noch die schlimmsten Clips quasi zugeschickt bekommen, damit man ein bisschen Feuerholz halt und da richtig schön rein starten kann. Das macht Spaß. Kurz mal, Dara kennen wir, klar, ihn kennen wir auch. Was ist mit About the Fruit? Ein paar Infos mal im Chat, dass ich die mal gleich zusammentragen kann, für die Zuschauer da draußen, die vielleicht auch nicht wissen, wer das ist. Ich hab nämlich kein genaues Bild im Kopf. Ich rechne jetzt im Kopf einfach normaler Dude. About the Fruit gegen Dara. Ja, Ritter der Walkless manchmal. Hab dir zwei Clips von ihm geschickt. Geil. Neidern wieder mit den Credentials. Oder so ein Rezo habe. Wer ist für euch am Ende der Glaubwürdigere? Seth? Der sagt, ich fahr dir mal ein paar Mal über ein Ding. Du solltest mal ein bisschen Gras anfassen. Du kleines Bückstück. Du kleiner armseliger Schimmel und so weiter. Oder klaut man am Ende lieber ein Rezo? Und das schadet am Ende. Weil Menschen wie diese Leute sorgen eher dafür, dass man dann sagt, queere Menschen sind perfil. Und das zeigt wunderbar die Herangehensweise. Man lässt sich einfach von seinem Chat irgendein Clip ohne Kontext schicken, um angriffsflächig gegen seinen Gesprächspartner zu haben, anstatt wirklich argumentativ über Punkte und Ansichten zu sprechen, die diese Person auch im Gespräch ordentlich formulieren kann. So ganz für sich stehend mag dieser Clip auch komisch klingen. Aber es gibt ja hierfür einen Kontext. Es gab beispielsweise das Problem, dass auf CSDs sexuelle Dinge auf der Straße öffentlich ausgelebt wurden. Und als eine Persia das dann kritisiert hat, gab es diese wunderbare Verteidigung dafür. Wenn ich vor einem Kind mich verhalte wie ein Hund, ein Tier, ein Robbe, whatever, natürlich finden die das lustig, weil die natürlich auch nicht wissen, dass es ein Fisch ist, was viele Männer, die es praktizieren, erregt. Es ist so spannend, dass sie sich teilweise immer selber widerlegt, weil macht sie ja hier gerade... Fassen wir das also nochmal zusammen? Du findest es scheinbar in Ordnung, Kinder, Nacktheit und K*** auszusetzen auf offener Straße. Und der einzige Grund, warum sie vielleicht weniger positiv darauf reagieren ist, weil sie so erzogen worden sind, was wir ändern können, damit sie das cool finden und damit sie das in Ordnung finden. Und aufgrund von solchen wirklich komischen Aussagen werden leider manche die gesamte Queer-Community als komisch oder abartig abstempeln, weil eben sowas da existiert. Deswegen sollte man das kritisieren und sich davon distanzieren. Genau das war es auch, was About the Floyd in diesem Clip aussagen wollte. Aber wenn man den natürlich aus dem Kontext schneidet und Tilted Floste den dann bei Dara reinschickt, um Angriffsfläche für ein Gespräch zu haben, kommt das eben überhaupt nicht mehr so rüber. Und genau damit startet Dara dann auch in das Gespräch. Wie sorge ich dafür, dass queere Menschen als perfil wahrgenommen werden? Also ich habe das ja erstmal so in dem Kontext, also da ist ja der Kontext schon wichtig. Aber ganz grundsätzlich, was ich im Allgemeinen meine, wenn ich sage, dass gewisse Probleme auch für queere Menschen schlimmer werden können, ist im Wesentlichen, dass ich halt auch meine, dass wenn man halt für queere Menschen sich einsetzt, ist es halt äußerst wichtig, wie man darüber redet. Und wenn man halt, und das ist meine Meinung, ich weiß, dafür werde ich naiv genannt und alles Mögliche, ich werde auch dafür beleidigt, nicht von dir, ich meine jetzt nur allgemein, dass ich halt einfach sage, wenn ich natürlich eine gewaltvolle Art als Transportmittel nutze, dass dann halt die Resonanz genauso gewaltvoll zurückkommt. Also indem man sich sehr lautstark für queere Rechte einsetzt. Und hier würde ich direkt mal einschreiten, denn es gibt einen relevanten Unterschied zwischen sich stark für etwas einsetzen und einfach nur rumbrüllen. Carsten Stahl ist hier ein gutes Beispiel. Er tut ja immer so, als würde er sich besonders stark für Kinder einsetzen, indem er eben rumbrüllt und den starken Mann spielt. Doch im Endeffekt schadet er damit Kinderschutz, genauso wie ein Seth van Doom Transmenschen schadet, wenn er sowas hier sagt. Wohlgemerkt, bei den folgenden Clips geht es ihm angeblich darum, für Transmenschen und deren Rechte zu kämpfen. Und da ist eine Trulli im Spiel, der... KuhTV, du kommst ins Training, machst nur dein eigenes Ding. Ja, hier nerven, da nerven. Machst nur dein eigenes Ding. Mann, Mann, Mann. Meine Güte, mir hättest du besser gefallen, als du noch gebannt warst. Du doofer... Du doofer Frauenhasser, du. Meine Güte hier. Wär ich jetzt kein Ciskerl... Sollte es mir nicht unbedingt live unter die Augen kommen. Ist sogar ein dreckiger, schimmeliger... Witziger Hosensohn. Also die ganze Thematik um Seth von Doom habe ich nicht so wirklich mitbekommen, aber ich habe halt seine Ausfälligkeiten mitbekommen, unter anderem halt die hier und ja, sind halt froh gewählt. Keine Ahnung, wie man halt so ekelhafte Ausdrücke verwenden kann als Typ, der sich als Menschenfreund kennzeichnet, ist mir fraglich, aber generell, erkennen wir ja nicht das erste Mal, dass da ein bisschen, dass jetzt die Bubble da irgendwie ein bisschen doppelmoralisch unterwegs ist. Ich meine, das erkennen sie jetzt mittlerweile auch schon selber an. Also wir sind auf einem guten Weg, glaube ich, ja? Ein Schmutzmensch. Eine vollgeschittene Menschenhaut. Genauso übrigens wie die F***, die da in dem Kreis mit den Herzchen sitzt. Meinte sie, da meinte er Hartilusi, oder wie? Als hätte er das gegen Shuyoka gesagt. Da kann es dir sicher sein, da wäre Shuyoka aber wieder sowas von um die Ecke gekommen und hätte gemeint, Kollege Schnüschu, das ist Frauenhass. Ah, Mann, Mann, Mann. Dann denkt sich auf jeden Fall jede Person, die dem Ganzen gegenüber kritisch eingestellt ist, weil sie vielleicht zu wenig darüber weiß. Ach so, er beleidigt mich als F***. Ja, dann bin ich ja gar nicht mehr transfeindlich plötzlich, weil er hat mich ja als F*** beleidigt. Es ist einfach ein absolut dummer Gedanke zu sagen, umso lauter ich schreie, umso mehr wird es bringen. Und sich dann auf eine höhere Stufe zu stellen und zu sagen, ich bin ja besser, weil ich mache ja den lauteren, stärkeren Aktivismus, ist ebenfalls absolut dumm. Bevor wir jetzt weitermachen, schaut gerne mal in den Talk von About a Fruit und mir rein. Der ist auf meinem Zweitkanal hochgeladen worden, wo ihr auch gerne mal ein Abo dalassen könnt. Dort gibt es normalerweise Reactions von mir. Aber mal zurück zu diesem Gespräch. Nachdem About a Fruit nämlich erklärt hat, dass er eben für einen konstruktiven Diskurs ist, indem man sachlich Argumente austauscht und Leuten Sachen erklärt, ohne sie anzuschreien oder zu beleidigen, sagt Dara das hier. Das ist ja schon irgendwo eine ziemliche Doppelmoral, wenn du dich hinstellst und beispielsweise überhaupt reißerische Streamtitel verwenden möchtest, aber gleichzeitig ja eigentlich nur ein normales Gespräch führen möchtest und auch gerne hättest, dass alle das machen. Mal abgesehen davon, dass Streaming-Titel im Allgemeinen... Moment. Also okay, finde ich jetzt nicht unbedingt, weil ich meine, letzten Endes ist es ja auch sinnvoll, kann ja auch eine Form des Aktivismus sein, weil der Streamtitel an sich lockt ja Leute an. Also wenn du jetzt irgendwas in Titel schreiben würdest, was schon langweilig klingt, wo keiner reinkommt, hast du gar nicht erst die Möglichkeit, die Person von dir oder von deinen Inhalten überhaupt zu überzeugen. Also es macht ja schon Sinn, einen catchigen Titel zu haben, dass die Leute erstmal reinkommen und dann kannst du ja auf sie einreden und sie vielleicht ein bisschen differenzierter bearbeiten, als du es in einem kurzen Titel machen kannst. So, weißt du? Das ist doch viel, viel umfangreicher, ne? Es geht ja erstmal nur darum, die Aufmerksamkeit zu bekommen und die Person irgendwie abzuholen, dass man erstmal die Aufmerksamkeit hat und was man dann mit der Aufmerksamkeit macht und wie gut man dann damit arbeitet und was für gute Werte man vertritt oder vielleicht auch schlechte Werte. Das steht ja erstmal auf einem völlig anderen Blatt. Also wir sollten weg davon, dass wir den Leuten aufgrund, die Leute beurteilen aufgrund ihrer Streamtitel oder aufgrund ihrer YouTube-Titel vielleicht auch, ne? Also mein Standpunkt dazu. ...recht provokant formuliert sind. Wäre es nicht sowieso sinnvoller, Streaming-Titel so zu formulieren, dass man eben auch Leute anzieht, die in Gefahr laufen, in ein Extrem zu driften? Also es könnte ja auch Personen geben, die diesen Titel sehen, ihn anklicken und erwarten, dass sie jetzt krasses Vogue-Bashing bekommen. Richtig, genau. Genau so mache ich das. Ha! Hat er ganz gut zusammengefasst, ja. Ne? Ich halte die Titel immer extremer und wenn dann die Leute anklicken, merken sie so, okay, ist hier ein bisschen gemäßigt, die Redzone. Wird zwar auch geschossen, aber halt auch beiden Seiten oftmals halt Punkte gegeben, so, ne? Also halt etwas differenzierter halt damit auseinandergesetzt und nicht nur dieses einseitige. Weil, wie gesagt, die meisten von euch haben es mittlerweile verstanden oder haben es schon lange, lange verstanden, äh, die Welt ist nicht immer schwarz und nicht immer weiß. Es gibt ganz, ganz viele Grautonen dazwischen und die gilt es zu entdecken, ne? Minuswesen schreibt dich beurteile ich auch nur anhand deiner Titel. Ja, ja. Das, das ist der richtige Weg. Wo es sich komplett inhaltslos einfach nur drüber lustig gemacht wird und im Endeffekt bekommen sie sinnvolle, inhaltliche Auseinandersetzungen mit der Thematik. Somit könnte man ja auch eigentlich Leute, die eben extremere Inhalte feiern, eben zu einem konstruktiven Diskurs bringen. Ja. Also ich halte das eben gar nicht für dumm, Leute, die eben extremer stehen, mit solchen provokanten Titeln anzulocken, um sie eben zu einer moderateren bzw. inhaltlicheren Meinung zu bringen. Richtig. By the way, der Typ, den ich vorhin eingeblendet habe, heißt Seth van Doom. Hört mal, was Dara zu ihm zu sagen hat. Ich meinst du Seth? Nee. Nee, nee, nee. Der ist ja cool. Okay, also der ist cool. Der ist cool. Der ist unangenehm. Also das, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, war sehr unangenehm, wie er da auf Hardy Lucy raufgegangen ist, so, keine Ahnung, so Rambo-mäßig. War nicht sonderlich cool. Vor allem nicht für eine Bubble, die sich immer so zeigt, als, wir sind die größten Frauenversteher. Ist halt echt unangenehm. Zur Erinnerung nochmal, das hier sind so seine Aussagen. Nein. Ich verstehe nicht gerennen generell, was die alle gegen Hardy Lucy haben, nur weil die einmal halt ein Bild gezeigt hat, wo irgendwie, äh, so ein Biologiebuch war vielleicht nicht die beste Aktion von ihr. War keine geile Aktion vielleicht, aber selbst wenn. Wo gibt euch das das Recht, dass Dekadent und Hirse hier, äh, keine Ahnung, Muckibuden, Seth, da auf sie raufgehen? Also auch so ekelhaft, wie er es dir gerade getan hat, das ist ja Vogelwild. Also ich weiß nicht, ob da noch mehr vorgefallen ist, aber, äh, das, das scheint so der Hauptpunkt zu sein und dafür ist das echt hart. Also keine Ahnung. Also schon, äh, geht schon, geht schon ein bisschen Richtung, Richtung Mobbing, so, weißt du? Also, ne, also vor allem für eine Bubble, ne? Ich probiere die ja immer mit deren, äh, mit, äh, mit deren Wertvorstellungen das zu messen, ne? Und für die ist ja schon alles andere Mobbing. Dann muss ja das auch, auch Mobbing sein, logischerweise. Das ist halt einfach dreckig, kleine Schneeflocken-Kinder. Okay. Ihr könnt euch einscheißen wie nix Gutes, aber wehe, ihr steht dann wirklich mal vor jemandem, der euch die Stirn bietet. Dann pisst ihr euch ein, ruft die Bullen und macht Mimimi mit. Einfach mal Frauen im Internet, das ist ja unangenehm, mit Gewalt androhen, weil die ja die falsche Meinung haben. Um kurz generell nochmal drauf einzugehen. Ich verstehe dieses Konzept von, man darf Personen beleidigen, solange sie eine falsche Meinung haben, sowieso nicht. Denn abgesehen davon, dass es nichts bringen wird, sie werden ihre Meinung dadurch nicht ändern, ist hier auch die Frage, wo genau die Grenze liegt. Ich hoffe mal, für euch ist es allgemein nicht okay, eine Frau einfach so als Sch*** zu bezeichnen. Aber wenn sie die falsche Meinung hat, dann halt eben schon. Die Frage ist hier, gilt das auch für Trans-Personen? Also beispielsweise eine Persia X, die ja aus eurer Sicht ganz klar die falsche Meinung hat. Dürfen wir sie dann einfach misgendern, sobald sie eine falsche Meinung hat? Denn für euch zählt ja sowas wie die Menschenwürde nicht mehr, sobald eine Person eben eine falsche Meinung vertritt. Ah, okay, ist jetzt, äh, ist jetzt, äh, bisschen, bisschen weit hergeholt. Klar kann man den Vergleich bringen, äh, über, über, über die Menschenwürde quasi den, quasi den Umweg gehen, um dann den quasi in ein Bein zu stellen nach dem Motto, okay, das Gendern ist euch ja so wichtig. Aber dass man gendert, gehört ja auch zur Menschenwürde. Und, äh, jemanden Schlampe zu nennen, das verletzt ja die Menschenwürde. Und dann ist damit unter einen Hut zu kehren, ja, kann man machen, okay, okay. Kann man, kann man machen. Unterm, unterm Strich würde ich, dabei bleibe es einfach innerhalb ihrer eigenen Moralvorstellungen ein echt beschissener Move. Und dass sie das nicht sehen, das ist halt echt peinlich so. Also, so würde ich es wahrscheinlich zusammenfassen. Er hat da jetzt noch ein bisschen, bisschen Konstrukt drumherum aufgebaut. Also, versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht dafür, dass das okay sein sollte. Ich bin aber eben auch nicht dafür, dass es okay ist, eine Frau einfach so Sch*** zu nennen, wenn sie eine andere Meinung vertritt. Bevor wir hier weitermachen, schaut unbedingt mal bei den Kanälen. Genau, also das, das, das Hauptproblem, was er hier herausstellt ganz gut ist, dass die immer mit zweierlei Maß messen. Ne, das ist immer dieses, okay, wir dürfen alles machen, aber wenn irgendwer irgendwas macht, was uns, äh, nicht passt, dann kommen wir mit Moral und sagen, oh, das ist doch schlecht und hier schlecht und da schlecht. Man selbst macht es aber in fünf anderen verschiedenen Varianten. Das ist typisch, äh, Woke Bubble leider und, äh, genau, dieses mit zweierlei Maß messen und das hat er hier ganz gut herausgestellt. ...mitgliedschaften vorbei, ich habe die seit letzter Woche aktiviert und ihr könnt ab 99 Cent im Monat Debate Pro werden und habt diese coolen Emotes hier und werdet am Ende vom Video namentlich eingeblendet. Wenn das nur jeder dritte bis vierte von euch machen würde, könntet ihr mich schon riesig unterstützen und würdet mir helfen, dass ich YouTube vielleicht eines Tages Vollzeit machen kann. Machen wir jetzt aber mal weiter mit dem Gespräch und zwar dem Thema Pseudo-Woke. Leute, supportet den, äh, Mann, dass er, äh, dass bald, äh, irgendwann, ne, hat er gemeint, nicht bald, äh, hauptberuflich machen kann. Vielleicht bleibt dann auch genug Geld für den Friseur hängen. Haha, um mir mal ein bisschen gegenzufronten hier. Ja, J Willis schießt in alle Richtungen, ist mir egal, ob alt, ob jung, ob links, ob rechts. In alle Richtungen wird die geschossen, verdammt nochmal. Ich bin gierig, bin ich gierig. Das ist nämlich der Begriff, den About the Fruit nutzt, um über eine Bubble zu reden, die sich mit dieser Vogue nicht schmückt, um ihren eigenen Profit daraus zu ziehen. So, und was ist jetzt mein Fehler, wenn ich... Seine Haare sind fein. Das Problem ist, ich rieche bis hierhin durch die Nase das Shampoo. Ich bin Pseudo-Woke, sagst du, Vogue? Ich mach doch dann genau das Richtige. Das riecht gut. Oder würdest du mir da abstreiten, dass ich das Richtige mach? Naja, Vogue ist ja schon Pseudo. Also, der Begriff ist ein rechter Kampfbegriff. Es ist kein wirklicher... Sollte es aber nicht sein, oder? Siehst du das nicht so? Es sollte aber kein Kampfbegriff sein, weil Vogue dann okay ist. Und man merkt das Ganze ja schon, wenn man mal jemanden fragt, was das eigentlich sein soll. Das finde ich auch immer, die Argumentation finde ich immer sehr, sehr dünn, wenn man meint, okay, du bist... Also, ich weiß jetzt nicht, was er hier in dem Zusammenhang gemeint hat, aber oftmals wird halt gemeint, allein die Tatsache, dass Leute das Wort Vogue benutzen, wird ihnen schon negativ ausgelegt. Nach dem Motto, hier, du nutzt diese Kampfbegriffe und sonst was. Aber wie soll man es denn sonst nennen? Wie soll man es denn sonst nennen? Muss ich es jedes Mal, wenn ich es erwähne, in acht Sätzen umschreiben, was eigentlich gemeint ist, obwohl jeder weiß, was gemeint ist, wenn ich Vogue oder von übertriebener Vogue-Disch spreche? Da kannst du ja keine wirkliche... Niemand nennt sich Vogue. Ja, mittlerweile nicht mehr. Vor kurzer Zeit noch alle. Ist halt jetzt mittlerweile eher negativ konnotiert. So habe ich das wahrgenommen, obwohl es im Grunde keine negative Sache ist, Vogue zu sein, ist ja einfach ein bisschen aufgewacht sein, ein bisschen offen gegenüber Diskriminierung zu sein. Und es gibt ja Diskriminierung. Aber diese übertriebene Vogue-Ness, die reibt einem ja alles in die Nase. Und hier und da ist noch Diskriminierung. Und das ist ganz schlimm. Und das ist super schlimm. Und im Restaurant heißt das Schnitzel Lady Steak. Warum denn Lady Steak? Das ist kleiner. Können Frauen nicht so viel essen? Was ist denn hier los? Das sind die wahren Probleme. So, weißt du, das ist mittlerweile diese übertriebene Vogue-Ness, den Leuten auf den Sack geht, Leute. Kümmert euch um Probleme, die da sind. Und kreiert keine Unnötigen. Dankeschön. Hast du ja bisher nicht geschafft. Du sagst dann halt wachsam. Okay. Whatever. Wachsam für Diskriminierung. Und hier hat er sich leider in einen kleinen Widerspruch verwickeln lassen. Allerdings ist das auch irgendwie logisch, weil das anscheinend das einzige Ziel von Daira war. Zumindest kam es mir im gesamten Gespräch so vor. Und genau diese Art werden wir auch am Ende nochmal sehen. Aber wie würde ich denn jetzt das Ganze einschätzen? Also, eine Vogue-Person ist in meinem Weltbild eine Person, die wachsam bzw. aufmerksam für soziale Ungerechtigkeit, Diskriminierung oder Ungleichsbehandlung ist. Und, das wäre der Punkt, den ich hier machen würde, das Ganze auch prinzipiell erstmal verurteilt. Also, eine Person, die nur wachsam ist, das erkennt und gut findet, ist in meiner Welt nicht Vogue, also wachsam. Und jetzt kommen eben Pseudo-Vogue ins Spiel. Das sind in meinem Weltbild Personen, die sich eben an die Vogue-Bewegung ranhängen und tun so, als würden sie eben mitkämpfen. Und in diesem Zustand kann man auch noch gar nicht erkennen, ob jetzt eine Person Vogue, Pseudo-Vogue oder keins von beiden ist. Aber man kann es eben erkennen, sobald sich eine Vogue-Person oder vermeintlich Vogue-Person anfängt einzusetzen. Beispielsweise, indem sie fürs Gendern ist. Also, an jedes Wort ein Innen ranhängt und damit erstmal die Sprache unmöglich für Ausländer zum Sprechen und Lernen macht und alle Leute, die außen sind, diskriminieren. Also, grundsätzlich erstmal gegen Obdachlose ist. Okay, war jetzt vielleicht doch eher ein schlechtes Beispiel. Aber ein Pseudo-Vogueer würde sich jetzt eben genau da ranhängen. Okay. Ja, es ist die Frage. Also, Gendern ist so ein Special-Fall. Ich persönlich mag Gender nicht. Ich würde aber, wie gesagt, nicht jeden pauschal, der zum Beispiel gendert, beispielsweise, das heißt, man würde ja das vertreten grundsätzlich. Also, nicht jeden, der gendert, würde ich jetzt als übertriebenen, woken Typen bezeichnen. Also, es gibt bestimmt auch Leute, die gendern, die halt base sind. Also, gibt es bestimmt viele, ne? Also, da kann man auch mal machen. Aber wenn du jetzt eine Person bist, die sich halt, ich weiß nicht, wie es hier gemeint hat, aber die sich krass fürs Gendern einsetzt und alles dafür tut und hier und da und Berge verschiebt, damit alle gendern und es wird nichts anderes akzeptiert und sonst was, dann sind wir definitiv wieder in dieser übertriebenen Wokeness. Also, wenn du da aus deinem Film nicht mehr rauskommst, ne? Es kommt drauf an, nur weil du gendert bist und nicht gerade übertrieben woke, in meinen Augen, so, ne? Das, keine Ahnung, ne? Würde ich jetzt keinen irgendwie ganz, ganz böse angreifen. Also, auch fürs Gendern sein, aber eben aus anderen Gründen. Zum Beispiel, um als besser wahrgenommen zu werden. Im Sinne von, dass man sich für Sachen einsetzt oder dass man für Gleichberechtigung ist. Aber eben nicht aus den richtigen Gründen, dass man es wirklich ist, sondern um seinen eigenen Profit daraus zu schlagen. Und das wäre für mich einfach die Definition eines Pseudo-Woken. Aber kommen wir mal zum Ende der Diskussion, denn das hat mich tatsächlich am meisten schockiert. Nein, 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 du drückst das ja so aus, als wäre man pauschal gegen Gewalt, gegen sämtliche Gewalt. Ich bin pauschal gegen Gewalt, ja. Ja, ja, aber das ist immer geheuchelt. Bist du dafür, dass wir die Polizei abschaffen? Natürlich nicht. Ja, also, dann bist du ja auch für Gewalt. Ich glaube, da reden die ja aneinander vorbei, was sie unter Gewalt verstehen, glaube ich, gerade. Aha. Ich dachte, er hat da gerade so einen neunmal klugen Move gebracht und, ah, du hast gar nicht an die Polizei gedacht, obwohl das so offensichtlich ist. Aber eigentlich reden die nur aneinander vorbei. Offensichtlich hat der andere Polizei nicht in die Kategorie Gewalt gezählt. Also, du, ne? Herr, wann setzt bitte die Polizei Gewalt ein? Ja. Schau mal, der fühlt sich gerade so richtig intelligent. Das merkt man richtig. Mit jeder Fasern eines Körpers denkt er sich gerade, oh, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Oh. Also, ich meine jetzt legal natürlich, ne? Lass den Moment kurz wirken. Na, ganz kurz. Wann setzt die Polizei legal Gewalt an? Weil es wird mir ja auch immer oft gesagt, was ist, was ist, wenn es Selbstverteidigung ist? Und das ist ja was ganz anderes. Also. Ja, gut. Also, ähm, letzten Endes. Denkst du, ein Polizist schießt einfach aus Spaß auf Personen? Okay, also, die haben zwei unterschiedliche Definitionen von Gewalt. Also, bei ihm ist alles, alles, alles Gewalt, was irgendwie, was man durchsetzen muss. Deshalb nennt man ja die Polizei auch die Exekutive, die ausführende Gewalt, ne? Judikative ist zum Beispiel, äh, die gesetzgebende Gewalt? Oder war das die Legislative? Ach, Politikunterricht ist schon so lange her. Aber, äh, auf jeden Fall, ähm, ja, reden die beiden hier voreinander da vorbei. Und er fühlt sich gerade wie der klügste Mensch ever. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Und ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm ausgedrückt von About the Fruit, aber Dara stellt das jetzt auch als was viel Größeres dar. Ja, die Polizei hat das Recht, Gewalt anzuwenden, klar. Also, die wenden natürlich auch Gewalt an, ne? Zwar mit Recht meistens, aber klar, wenden die auch Gewalt an, so. Aber in den, äh, also, also, im Gedankengang von About the Fruit war, war mehr so illegale Gewalt, so. Nach dem, nach dem Motto, ne? Da hat er, keine Ahnung, die Polizei nicht gesehen. Logischerweise, die wenden ja keine illegale Gewalt an. Oder wenig wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird irgendwo auch illegale Gewalt dazwischen sein. Aber, ja, ne? Einfach aneinander vorbeigeredet. Und Dara hat halt gerade so getan, als hätte der, keine Ahnung, denen, als wäre sonst was passiert. Ja, das Problem hier ist eigentlich nur, dass About the Fruit reaktiver mit aktiver Gewalt verwechselt hat, beziehungsweise nicht differenziert hat. Und diesen kleinen Fehler nutzt er jetzt komplett aus und macht ein paar Sekunden später noch das hier. Ja, so, am Ende des Tages, ähm, merke ich eben, wann ein Gespräch weiterzuführen, ich sag mal, unethisch ist. Ich hab ihn gemutet und dann aus dem Call geschmissen. Ähm, äh, das tut mir jetzt leid für ihn. Warum unethisch? Das hätte er gerne nochmal genauer erläutern können. Ich, ich hab dich lieb, ja. Aber das war wild. Ähm, und langsam will ich ins Bett. Ja, Dara, ist schon klar, du musst genau jetzt schlafen gehen, wo die andere Person im Talk gerade einen Fehler gemacht hat. Also, es ist so dermaßen offensichtlich, dass Dara ihm hier keine Zeit geben möchte, zu erklären, wie er es eigentlich gemeint hat, um eben als Gewinner des Talks dazustehen. Und dann schmeißt du ihn einfach raus. Ich meine, man erkennt ja eigentlich, wie bösartig das ist. Und, dass es hier nicht um eine... Ich bin mir sicher, danach ist Dara in sein Bett gehuscht und, 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 und hat vorm Einschlafen einfach nochmal fünf Minuten einfach nur böse sich ausgelappt. Einfach, während er die Hände so hatte, hat in Luft geguckt und einfach bösartig gelacht. Wie ein Bösewicht. Und dann ist er in Ruhe eingeschlafen und hat von der Weltherrschaft geträumt. Konstruktive, inhaltliche Debatte geht, sondern einfach nur darum, gewonnen zu haben. Ich finde den Gedanken von Gewinnen und Verlieren bei einem Talk, eh super dumm. Im Normalfall sollten beide gewinnen. Man muss ja nicht unbedingt Punkte voneinander einsehen, aber zumindest besser verstehen, warum die andere Person so denkt, wie sie denkt. Aber darum geht es hier schon gar nicht mehr. Dara möchte einfach nur für seinen Chat gewonnen haben. Also Leute. Ja, ein bisschen Profilierungszwang vielleicht auch dabei, ne? Aber gut, das haben viele Streamer. Also selbst wenn das bei Dara so wäre, was ich gerade nicht gut beurteilen kann, ich könnte es mir vorstellen. Aber selbst wenn es bei ihm so wäre, das haben, glaube ich, ganz viele Leute. Oh ja. Schaut gerne bei den Kanalmitgliedschaften vorbei, würde mich wirklich unterstützen. Lasst ansonsten gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, da sehen wir uns im nächsten Video, mein Bester. Ich lasse ein Like auf jeden Fall da. Mir fällt heute leider kein schnippischer Kommentar an, den ich runterhauen kann. Aber ich glaube, ich habe eh heute genug geschossen, oder? Ich habe heute gegen, 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 gegen Kollege Schnüllschuhe genug geschossen. Von daher, ne? Für den Aluhutträger unseres Vertrauens können wir einfach mal so stehen lassen, ne? So. Na gut, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Für die Leute auf YouTube. Schön, dass ihr bis zum Ende da geblieben seid. Lasst doch mal ein Däumchen nach oben da, genau wie bei Kollege Aluhut. Und ein Kommentar würde mich doch auch sehr erfreuen. Wir hören uns. Tschüssi Müsli und ciao. Kakao. Komm, get your love. Komm, get your love.